So, das heißt, ich muss jetzt beim Marketplace von Grund auf wieder aufbauen. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Okay, der schafft es ziemlich schnell zum Glück, uns bei unseren Marketplace wieder aufzubauen. So, oh eine Fountain. Jetzt haben wir eine Fountain. Okay. Okay. Die Drachen bei ihrem nächsten Angriff gleich wieder einreißen werden. So, Marktplatz abzuwählen, das ist ja noch recht okay. Soverein, dein Marketplace now serves you better. Wie gesagt, das könnte man ein bisschen als Problem ansehen. Soverein, a building has been upgraded. Dass wir keine Guardtower bauen können, weil wir werden ständig von diesen Drachen geschliffen bis zum Gehtnichtmehr. Soverein, your Marketplace now serves you better. Noch mehr Healing Potions für die Leute. Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. Ich meine, ich habe auch jede Menge Wizards, die sind aber alle Level 1 und so, weil sie nichts machen wollen, die Säcke. Gibt es auch zu, es sind verdammt wenig Monster unterwegs. Das war mein Ranger da oben. Das war mein Ranger da oben. Die Medusa sind zum Glück nicht sonderlich stark gegen Zwerge. Soverein, your Marketplace now serves you better. Und der Zwerg ist eigentlich auch recht gut abgegradet. Das ist sehr gut. So, hol dir mal diesen dicken Batz Geld. Ich weiß nicht, ob ich den nächsten Drachenangriff antwarten soll. Ich will es mal lieber nicht riskieren. Sondern warte, bis das Geld reinfließt. Ich setze dann gleich mal hier oben eine Attack-Fleck. Wow, hier ist jetzt mal viel Geld, das abgeholt werden kann, sehe ich gerade. Da wir ja vier Text-Collectors haben, können wir mal einer oder zwei da hochgehen. Unsere Forschung in der Bibliothek ist complete. Get ready to robber. Brawl makes me stronger. Jetzt kommt von unten ein Drache. Oh-ho. Your Majesty, the Royal Treasury is nearly empty. I'll be back! Okay, der muss unbedingt den Passant anflammen. Tja, da kann der Steuer-Eintreiber auch nichts mehr machen. Brawl makes me stronger. Ja! 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 Brawl makes me stronger. Okay, ein Drache ist tot. Haben aber auch einen Barbaren verloren. Da sind auf jeden Fall mal Zwerge und Krieger auf dem Weg. Mal sehen, ob wir das hinkriegen, bevor die nächste große Welle kommt. Das wäre nämlich nicht schlecht. Da kommt tatsächlich ein Text-Collector. Das ist echt wieder eine tolle Mission. Ja, jetzt werde ich mal den Krypto-Tempel upgraden. Und vielleicht mal meine Helden für diesen Kampf pushen. Oh, nein, die wollte ich nicht setzen. Die auch nicht. Also auch mit Doppelklick auf die Minimap kann ich was setzen. Noch mehr Drachen, ist das so ernst? Oh, mein Servus endet. Tax-Collector. There's no bitch in this. Tax-Collector. Hold your majesty. Okay. You have discovered the tomb of the Dragon King. Now we claim the magic sword. Ja! Sovereign, a building has been upgraded. Aber erst mal muss ich das hier überleben. Und oder? It is the one. You have a great terrible. Fall in the reinforcements. To oblivious. In the name of the sovereigns. I face death with renewed strength. If I had my good, Hammer... es wird sehr gut dass meine magier mal was machen das wäre noch dankbar wenn ihr die drachen auf der anderen seite töten würde call to arms guter nicht Na, Kleine Service Ends So, den belebe ich wieder. Okay. 2000 auf den Dragon Tomb. Denn die Drachen sind weg. Bevor jetzt ein Spawn von außerhalb kommt. Oh, der Dragon Tomb spawned Dragons. Ja, der Blade of Chrome. Währenddessen kann ich jetzt einen... ...Förwurst-Tempel spawnen. So, meine ganzen Quäum-Bärs-Barbaren sind jetzt auf dem Heimweg. Weil der Quäum-Tempel halt nicht mehr da ist. Was für Space-Constant sind. Fire-Blast, Energy-Blast, Fire-Share, Teleportation. King of Protection hat sie. Ja, ich denke, das kriegen wir jetzt ganz gut hin. Wenn nicht noch ein Drachenangriff kommt. Aber wir haben wahrscheinlich das Glück und... Ey, cool. Der Graveyard sieht anders aus als der untere. Und der Graveyard da. Gott sei Dank. Da bin ich froh drüber. Gut, damit haben wir auch... ...Turm of the Dragon King abgeschlossen. Jetzt kommt die, glaube ich, schlimmste Quest. Abgesehen von der End-Quest. Wir haben nämlich nur noch Slay the Mighty Dragon übrig. Ich hoffe, das ist der einzige Dragon hier in der Mission.